Hallo, mein Name ist Peter Berger, ich bin von der Salzburger G und ich würde euch heute gerne die neue App vorstellen von uns, die Stromladen-App, mit der man Ladevorgänge an öffentlichen Ladestationen starten kann und bezahlen kann. Los geht's! So, wir waren jetzt eine Zeit unterwegs und werden uns jetzt eine Ladestation suchen zum Laden, das können wir machen entweder über die App am Handy vorab oder unterwegs im Auto direkt über das Navigationssystem vom Auto. Wir sind jetzt an der Ladestation der Salzburger G und werden jetzt den Ladevorgang mit der App starten. So, und wir starten jetzt den Ladevorgang. Um den Ladevorgang zu starten, können wir entweder im Stationsfinder oder in der Stationsliste die Ladestation auswählen oder direkt den QR-Code am Ladepunkt abscannen. Wenn der richtige Ladepunkt ausgewählt ist, dann sieht man direkt in der App die Preise, was der Ladevorgang kosten wird. Ein Klick auf Start genügt und der Ladevorgang startet. Die Abrechnung erfolgt minutengenau und kann entweder direkt über die App oder am Fahrzeug beendet werden. So, ich wünsche viel Spaß mit der App Stromladen. Sie ist für Android und iOS in die Appstores verfügbar. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020